Herzlich willkommen im Europäischen Parlament, herzlich willkommen im Herz der Demokratie in Europa. Mein Name ist Jörg Leichtfried, ich bin der Delegationsleiter der SPÖ im Europäischen Parlament und ich bin wohl hier, wo inzwischen schon die wichtigsten Entscheidungen für die Österreicherinnen und Österreicher, aber für alle Europäerinnen und Europäer, für 500 Millionen Menschen fallen. Hier wird entschieden, was die Menschen bei uns zu Hause direkt betrifft und trifft. Hier wird die Zukunft der Menschen in Österreich und in Europa entschieden und deshalb ist es gut, dass sie hergekommen sind, sich informieren, sich um die Dinge kümmern und dann auch mit ihrer Wahlentscheidung am Ende dafür sorgen, dass es entweder in die oder in die Richtung geht oder ganz woanders hin. Ich freue mich, dass Sie nach Brüssel gekommen sind und wünsche Ihnen noch sehr, sehr viel interessante Stunden und Tage hier im Europäischen Parlament.